Kitzinger, das ist die Bundesstadtmeisterschaft im 3. Oktober 2014, Herrn Silke Cäsar, das Doppelfinale und wie fast immer widersperren Endspiel. Er ist nun mal ein Doppelspezialist. Das Einzel reicht nicht mehr ganz so zu den ganz vorderen Plätzen, aber Doppel ist ja immer dabei. Allerdings hier den ersten Satz verloren, den zweiten Satz ein bisschen unglücklich vergeigt, wie man so schön sagt. Und damit stehen sie mit dem Reboot zur Hand. 0 zu 2 gegen Silbert aus Insingen und seinem Partner. Ich sehe jetzt spielt offensichtlich mit einem Antif Sleep bela learners. Der Rute, möglicherweise sogar ein Robben, auf jeden Fall ein Störbelag. Schauen wir mal, ob wir das rauskriegen können hier, was er da drauf hat. Schauen wir mal, ob wir das rauskriegen können. Überraschend ist das Level hier nicht. Sehr viel Schupfen und wenn dann doch einer mal einen Angriff beimacht, dann kommt kaum mehr eine Antwort. Ja, außer in diesem Fall. Ja, ich hoffe, der Spieger ist einmal gefürchtet. Willkommen. Ja, jetzt ist es jetzt hier zum Tricht, der war genau ein Verschläger. Einmal 3-0. Einmal 3-0. Ja, habt jetzt ein Verschleger. Ja, habt jetzt ein Verschleger. Ja. Vielen Dank.